anwohner zusammen diesmal wird es um die zweige des einzelnen waldes gehen zwar genau die ich habe einen schon aufgehoben davon gibt es insgesamt sechs und ich wollte euch ganz gerne zeigen wo man sich findet und zwar ich habe die motto halbwegs markiert 1 2 3 4 5 und 6 okay wir fangen mit dem an reporten rüber warum mit dem weil ich den schon aufgehoben habe und zwar rennt er in die richtung und dann das so eine schatzkarte gewesen davon gibt es acht stück das habe ich davon habe ich video gemacht deswegen habe ich die leider schon aufgehoben und zwar müsst ihr hier erst mal klären und wie macht ihr das ganze ich zeige euch das einmal ihr nehmt das ding und dann schwimmen hier so grüne teilung um den see macht ihr kaputt und dann ist das hier frei und dann kommt ihr hier rein und bekommt hier die kiste werde ich jetzt gleich hier reinpacken wie ich sie aufmachen na gut ich würde sagen wir machen die truhe mal auf und gucken was da drin ist damit hätten wir nummer eins wenn wir die haben aber erst mal die markierung damit sie nicht stört und dann gehen wir zu der und dazu geben wie auch immer dort muss man kleines rätsel lösen das werden wir jetzt eben machen und aber die truhe einsammeln es sind halt jedes mal truhen das ist schade aber deshalb so schlimm muss ich die später nicht machen dann geht das voll gehen wir hier hoch packen das hier rein und liegen einmal über dann es wird den einmal anschießen und jetzt müsste gucken dass oben zwei stehen bleiben und unten zwei sind im endeffekt genau schauen und so war das wir könnten jetzt auch einfach nachhelfen das tue ich jetzt einfach mal kann das mich noch länger damit zu beschäftigen ich höre jetzt einmal nach wenn ihr das perfekt hinkriegt dann gewinnen sie sich automatisch dann machen wir sie auf und bekommen den dritten hast bekommen wir wieder löschen und zwar hier auf dem berg worten wir darüber und müssen einmal da hochlaufen und da ist eine challenge die wir machen müssen ich versuche ihn nicht zu nehmen ich hoffe ich krieg das hin ja die challenge müssen wir jetzt machen das hier runter tauchen ja was und die truhe einmal wieder öffnen ok das wäre der dritte hast bonnie porten wir einmal machen wir wieder weg hier worten wir hier drüber und verholen uns den weder unten ist und zwar eben sie müsste einfach die muschel einmal angreifen oder mehrfach angreifen dann doch auf mensch so aufheben tauchen tauchen angreifen und da ist schon die truhe das wäre das gewesen ok dann geht es weiter dann gehen erstmal löschen dann porten wir einmal hierüber gut am schiff habe ich eigentlich schon alles gemacht da habe ich auch ein video zu gemacht hier muss man drei schlüssel sammeln um diese tür zu öffnen müsst ihr einmal schauen ich werde es euch in die beschreibung rein packen hier ist die tür verschlossen ihr müsst hier drei schlüssel sammeln ist eigentlich ganz simpel hier einer einer in der kiste einer oben und der andere war genau hier aber dazu habe ich wie gesagt ein video ich packe es euch in die beschreibung ok da haben wir den nächsten ast und dann können wir auch schon direkt laufen der letzte ist ein bisschen tricky so der letzte ja genau sechs stück müssen wir haben fünf haben wir so der letzte ist ein bisschen tricky deswegen ist der see markiert der hinten ist aber es geht nicht um den see und auch nicht um die kiste die hier spawnen sondern wir müssen hier eine challenge machen der stein der da unten ist den müssen wir kaputt machen wie machen wir das ganze wir gehen hier hoch genau hier nehmen diese energie und schauen dass wir den in die richtung katapultieren bis er uns die steine kaputt macht ok perfekt also die kiste müsst ihr nicht nehmen also klar müsste die nehmen wenn ihr wollt ich werde sie auslassen weil ich sie nicht brauche wie wichtiger ist den hydropoulos nicht nehmen und dann geht es hier rein ach ja ich habe ihn trotzdem genommen was ziemlich uncool ist aber ist nicht so schlimm so und dann sind wir hier angekommen und hier drin befinden sich hat diese truhen welche truhe war der ich glaube hier in der truhe genau da haben wir den letzten hast so jetzt haben wir davon sechs stück was können wir damit anstellen wir können die abgeben wenn ihr die vorquests gemacht habt müsst ihr wie macht man die markierung alle weg sie brauchen wir alle nicht mehr so wenn ihr die quest hier gemacht habt die neben quest die allererste die man hier annimmt dann kommt hier ein händler so und genau zu dem händler müssen wir einmal hin und mit ihr quatschen und das war's schon dann geben wir sie ab und bekommen 40 uhr gestall meine ich werden wir ja gleich sehen schade dass ich diesen druck losgenommen aber das ärgert mich wieder jetzt schon zwei genauen maus vorsehen so und hier zu dieser hülle und hier steht sie da und da quatscht die an und hier die zweige wir haben sechs stück davon und geben das bei ihr einfach nur ab sollte das vielleicht noch mal screenshotten so ok das wäre es gewesen ok jetzt quatsch schon noch eine runde aber wie gesagt das wäre es gewesen Urgestein boah noch ein paar mehr Sachen Mats haben wir auch gekriegt aber ok das war's ich danke euch fürs zuschauen sag tschau tschau bis zum nächsten mal